Musik Jo, weiter geht's hier aber. Voll auf. Viel. So, ihr könnt ja mal sagen, wie das ist, ob ich jetzt jedes Mal... Oh, sieht richtig schick, ne, oder? Ob ich jetzt jedes Mal so einen Funk-Dingsbums-Dom brauche, oder ob die automatisch hier einziehen. Das wird mich mal interessieren. Das würde mich echt mal interessieren. So, alle Bälle brauchen wir noch Beton und, ähm... Ja, Beton halt. Beton. Beton, 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 Beton. So, ich würd sagen, wir gehen jetzt schnell mal da hin zu diesem Punkt. Ähm... Und zwar abliefern halt, ne, unsere Queste, oder was auch immer das war. Ja, da könnt ihr echt nochmal sagen, wie das ist, ob ich jetzt, äh... Bei jeder Stadt einen Leitstrahl brauche, oder wie auch immer das heißt. Oder ob das auch einfach so geht, ne, sag ich mal so. Das weiß ich jetzt eben nicht, ob aus, also ob die Leute auch so kommen halt. Ich mein, ich hab ja jetzt schon mal vier Betten hier, ne? Was willst du mehr, oder? Ich mein... Oh, hier haben wir ne wilde, ähm... Maulbeere, oder sowas. Oh, hier war irgendwas. Oh, hier war irgendwas. Oh, hier war irgendwas. Oh, was ist denn hier? Ach, hier waren wir schon mal gleich. Glaub ich. Genau, jetzt haben wir schon mal da rumgelaufen. Und da haben wir ja eigentlich, ähm... Ja, kein Eingang gesehen, ne, sag ich mal so. Ist einfach nur hier so ein Dürmchen. Oh, was ist denn hier los? Überseekorps. Man glaubts ja kaum, oder? Das hier mitten im, ähm... Im nächsten Überseekorps rumlümmelt. So, da gehen wir auch mal da hin. Ach, siehst du, wir wollten eigentlich noch mal bei diesen anderen Ding da noch mal zu diesen anderen, äh... Also, wo wir vorne waren, wollte ich eigentlich noch mal links lang laufen. Aber na gut, das ist jetzt egal. Könnte ich jetzt mal hier links laufen. Da waren wir noch nicht, oder? Bei diesem Dungalow da drüben. Gucken wir mal schnell, ob wir da schon waren. Da sind wir jetzt gar noch mal sicher. Das ist auf alle Fälle das, äh... Kind von denen... Verstorben. Also, wir graben, sag ich mal so. So, gestorben. Ist ja schon verstorben, er liegt. Hm. Hier ist Beton, Mensch. Machen wir hier schon mal? Na, ihr könnt's denken, dass ich hier schon war, ne? Weil nämlich hier... nichts mehr zu holen ist. Also, wir müssen mal wieder da lang. So, da kriegen die das mehr der Junges von mir. Und hoffentlich sind sie glücklich. Und, äh... Ja, wir können mal... Oh, guck mal hin. Die wachsen gerade alle. Dann nehmen wir alle mit. Yeah. Ich freu mich noch ein bisschen was zu essen hier. Ja, nice. Klauen wir einfach mal schnell die Melonen wieder hier. Ja, das wird ja lustig hier. Melonen klauen. Die sind ja so schnell jetzt noch verwachsen hier. Ist ja cool. Haben wir alle? Geil. Können sie mir mal den Melonen mitgenommen? Hm, perfekt, hä? Komm, weiter. Wir haben, äh, nichts hier gemacht. Wir gehen immer weiter. Und hier vorne wollen doch auch noch so die anderen Dinger. Da würd ich auch gerne noch was mitnehmen wollen. Oh, geil, ja. Dann nehmen wir noch was mit hier. Ich brauch die neben mich. Ich brauch die neben mich. Könnt ihr wieder, äh... Habt ihr noch genug Zeit hier zum... Anpflanzen, ne? Und so. Ich hoffe noch nicht, dass sie jetzt, äh... Schimpft die Läde hier, aber... Dann wärs ja nur, ähm... Rot, wenn sie mitnehmen dürften, ne? Nehmen wir einfach jetzt alle mit hier. Egal, ob... Ob das okay ist oder nicht. Ich brauch die. Für meine Siedlungen, die ich alle hab hier. Meine zwei Siedlungen. Hallo. Ich hab einfach mal deine, ähm... Dinger hier geerntet. Ist das okay? Oder ist das schlimm? Oder wie ist denn das? Ich mein, du musst sie noch mal ernten. Ich hab's ja schon gemacht. Jetzt würd ich... Ach, hier ist die Miete. Jawohl. Perfekt. Schaut sie kommen? Guck mal, die macht schon wieder los hier. Siehste. So. Ich frag mich immer, was dieses Ding hier sein soll. Was dieses, ähm... Ding hier sein soll. Ob die Milch gibt oder... Ich weiß es nicht. Hm. Gut, dann gehen wir mal rein hier in ne gute Stube. Ach nee, wir müssen ja zu diesen anderen Mann. Der war ja da hinten irgendwo. Kann ja auch nix mitnehmen, ne? So ist er denn jetzt hier, der Mann. Hallo, bist du denn hinten? Ach, hinten ist er ja. Oh ja, hinten ist er ja. Cool, dann können wir wieder mal plaudern hier. Ich hab' leider eure Melonenbrot alle geerntet. Ich hab' das Medaillon zurückgeholt. Ist das dein Ernst? Das sind wunderbare Neuigkeiten. Conny wird sprachlos sein. Mike hat mir gesagt, dass du für uns getan hast. Ich bin sicher, sie wird ihre Preise sein. Nach allem, was du getan hast. Ich weiß, dass es nicht viel. Und du kannst gerne unsere Werkstatt benutzen. Mach' ich dir nicht den Preis. Lass' es nicht wissen, wenn dich hier was interessiert. Older, die plaudern's wie Leute auf mich ein, Mester. Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar. Kronkorken. Ne, nochmal mit. So, jetzt haben wir auf alle Fälle... Ne, hat er gar nicht. Äh! Scheiße. Schrot haben, wenn es sich jetzt gehandelt. Leichtbaurelos. Da muss es vielleicht gebrauchen werden. Okay. Jo, dann haben wir das erledigt hier. Das finde ich richtig cool. Ach, guck mal hier. Ach, jetzt haben wir auch hier. Na, die Farm. Ist ja cool. Schutz. Essen haben sie ja schon. Betten sind's vier. Ach, ist ja mal nice, oder? Ach, ist ja nur Farmen hier, ey. Das ist echt Hammer, ey. Meine Güte, ey. Wo ist denn hier eure Werkstatt? Mal gucken, wie die Werkstatt ist. Aber es ist cool. Da kannst du wenigstens immer mal hier her und kannst, wenn du was brauchst, was zu essen, meine ich. Ach, ich hab grad keinen Schrot einstecken. Hier sehe ich gerade. Hier ist ein Insekt. Ein Insekt fliegt hier rum. Hm. Na schade, kein Schrot einstecken. Ähm. Warte mal, was ist jetzt hier gestanden alles? Also, ihr braucht Energie und Schutz. Energie und Schutz, was ihr habt da? Energie und Schutz. Na, gucken wir mal, wo wir Energie und Schutz für euch haben. Warte mal, Schutz. Was? Schutz vielleicht hier irgendwo? Was meinst du damit? Guck mal. Ich könnte mich den Minutemen anschließen und das Commonwealth verteidigen. So, also ihr habt vier Betten, ne? Oder irgend so was. Wie weit geht denn das Gebiet überhaupt? Ach, bis daher geht es. Okay. Okay. Ich weiß, es ist nur, ich bin fast erwachsen und ich weiß nicht, ob ich mir mein Leben so vorgestellt habe. Vielleicht das Schutzding hierher bauen? Okay. Ach, da fehlt Öl. Guck mal, ich hab jetzt aber noch mehr, ähm, Dinger. Die hab ich aber bei, bei meiner Stadt nicht gehabt. Kann ich aber grad gar nix bauen hier, Leute. Das tut mir aber leid für euch. Und hier ist ja der Schutz, der Pfeil da hier. Bild Kupfer. Ah, okay. Und hier so ein komischer Geschützsturm da hier. Ne, das ist ja riesig. Das ist ja Mist, oder? Jetzt baue ich ja da her. Schutz, und was war's noch? Energie. Ein bisschen Wasser vielleicht. Weil man kann ja irgendwie im Wasser mal. Ressourcen. Kann ich auch nix herbauen. Hm. Mist. Betten habt ihr vier. Hm, also tut mir leid. Da kann ich euch jetzt grad gar nicht weiterhelfen. Hier mit eurem Schutz. Aber was hab ich nochmal gebraucht für einen Schutz? Öl. Vielleicht hab ich ja irgendwas hier mal in den Wandaar, wo es ein bisschen Öl besitzt. Oder irgendwas. Oder keine Ahnung. Na guck doch mal. Hier liegt so ein Zaun rum. Den könnt ihr doch mal aufheben hier. Liegt denn das hier so rum? Stahl. So, Holz ist hier. Könnt ihr alles mitnehmen hier, mein Schwede. Dann packen zwar wieder was er wascht jetzt. Guck mal mal gucken. So, guck dann mal hier, ne. Wasserpumpe produziert drei Wasser. Okay, das ist okay. Ähm. Hm. Dann packen wir doch mal noch. Hier liegt doch noch ein alter Zaun rum. Könnt ihr doch alles mal hier auflesen, wie? Wenn du das nicht verwendet, Mensch. Müsst du das auflesen. Du musst doch wieder alles selber machen. So okay. Also Öl, haben wir gesagt. Ach manne. Mh. Komm aber wahrscheinlich hier nichts rum bollern, ne. Von Laden schreck. Rohstation. Holzkiste, Stuhl, das lassen wir alles wie es ist hier Brauchstation Ist das Vieh drin? Das lassen wir auch wie es ist Hier können wir noch einen Baumstümpf mitnehmen oder was? Ach ja genau Gut, naja, wir haben ein bisschen aufgeräumt Die anderen Baumstümpf gehen reinlassen Hm, schau, da haben wir jetzt hier nichts für euch Muss ich halt irgendwann einmal wieder gucken Wenn ich wieder was hab Dass sie das kriegen Gut, perfekt, kann ich jetzt gar nichts weiter tun Aber vielleicht habt ihr hier was in Hütte vielleicht Habt ihr da mal nachgedacht? Ach so, wo ist sie hier, oder? Viel haben wir gesagt, brauchen wir, ne? Hier, mit diesen Fässern hier, Mensch, guck da mal hin Hier, diese Fässer hier Stahl Holzkiste Da gibt alle kein... Da gibt alle kein Ding dabei, ja, ne? Öl oder sowas Schade, naja, da kann man nichts machen jetzt Auf alle Fall haben wir jetzt schon mal drei Diesen Benzin, dann ist doch mal der Stahl hier drinnen Jetzt wird gehanstert Ja, jetzt wird gehanstert Aber nur so ein bisschen Oh, oh, so habe ich jetzt mal irgendwo umgehauen Oh, so ist mir leid Oh, kann man den mal aufnehmen Kann man den mal aufnehmen? Zack Guck mal, wir haben die jetzt noch vier Betten haben wir hier, ne? Ach, Beton, Beton, Beton Ich hätt kein Beton Ah, ne, jetzt nix mit aber nix, oder? Na doch, okay, komm, ne, ne? Aber jetzt bitte hier Was machen denn diese Betonziegel hier? Lass ich euch ein paar Betonziegel Und ich mein, ne? Ein paar Betonziegel, genau Ach, kommst du gar nicht, du wirst gar nicht Fertig hier, war lauter Bauen und hamstern Und hast denn gesehen? Oh, Beton Ist auch noch hier Beton, Bilderrahmen Ähm, wie Betten habt ihr denn hier? Vier Hat's gehessen, ne? Eins Zwei Drei Sind das vierte Bett hin? Ich gucke, ich kapiere das Bett hier Welche oben? Ach, guck mal hier oben Wollt Ach, guck doch mal hier Ist auch noch gelbe Farbe Ach, sehe ich diese scheiß Farbe hier in der Hand Krass, hab ich auch Öl drin Hier geht's noch einmal auf Guck doch mal Ist ja cool, oder? Ist doch echt nice die Hütte hier, Mensch Guck doch mal hin, ey Ich seh jetzt aber das vierte Bett War's egal Aaaaah Auf alle Fälle kann ich euch jetzt hier so ein Schutzding bauen Das ist echt gut Ähm, das machen wir vielleicht hier so Ich weiß nicht, ob wenig wächst hier irgendwas Ich hab keine Ahnung, ne Hier so vielleicht hierher Hier so hab ich mir gedacht Genau, das machen wir jetzt einfach Hier so ein kleines Schutzteil hergebaut Jawoll Ching So, genau, Betten Haben wir jetzt immer noch vier und drei Leute Hm Da haben wir schon jetzt viele Bett brauchen Aber gute Kerl Ist der zu schlimm Gutes ESC mal gedrückt So, jetzt würd ich sagen Ähm Warte mal auf einmal her Oh Gott, man kommt ja gar nicht hier Wird ja gar nicht fertig hier, Mann Frott Benzinkanister Ach, jetzt haben wir hier sechsmal Beton drin Könnte ich einmal wieder haben Ok, oder ist das jetzt irgendwo anders gelandet? Keine Ahnung So, auf alle Fälle ist das Ist ja richtig nice Weil man sieht auch noch so eine kleine Ähm Form Und was fehlt jetzt schon wieder bei euch hier, Leute? Also komm, jetzt macht ihr mal einen Punkt hier Ihr habt jetzt alles, ne Ihr habt jetzt sein Betten Ihr habt ihr Essen Energie Ach, Energie Na gut, Strom brachte Da hab ich unbedingt jetzt Hier würd ich jetzt mal noch das mit dem Essen machen Genau, warte, werd ich wieder mal schnell Ah M Ähm Man wird nicht fertig hier Man wird nicht fertig hier Man wird nicht fertig hier Ich denke mal Das kann man ja später alles machen mit diesen Buden, ne, und so Aber ich wollte Ähm, ja, habt ihr das gesehen jetzt hier? Das kommt der vom Himmel gefallen Nein Voll der Grafikfehler, ey Voll der Grafikfehler, ey Voll der Grafikfehler hier Gibt's gar net Also hier wohnt im Moment noch keiner hier Das ist ja echt blöd, ne Also warte mal Die anderen haben ja auch keinen soen Dorm, ne Sag ich mal so Und die haben, ähm Trotzdem Haben die, ähm Leute, ne Sag ich mal so Die haben halt nur keine Energie Das machen wir auch jetzt hier Das machen wir auch jetzt hier Wir haben jetzt hier, äh Warte mal Essen Haben wir angepflanzt Wasser und Essen Haben wir angepflanzt Wasser wollten wir hinbauen Genau Wir wollten Wasser hinbauen Okay, machen wir's mal schön Scha-Ching So, warte mal Wasser Wollten wir hinbauen Hier Wollten wir hinbauen Damit so ein riesen Ding Eieiei Eieiei So ein kleines Ding langmischern Bauen wir vielleicht Hierher, oder was? Einmal Ach, fehlt hier wieder der Beton Okay, ne einmal haben wir jetzt da Gut Perfekt Wir haben zwar keine Leute, aber es wurscht Aber wir haben hier wenigstens ein bissl Bissl was angepflanzt So, da könnt ihr ja mal schreiben In die Kommentare Ähm Ob ich dann jetzt hier, ähm Immerzu klotzen muss, wie die Städte Oder ob das automatisch mal wieder Dann, also ob die Leute hier automatisch herkommen Das war ja mal interessant, ne zu wissen Aber eigentlich Die anderen, die haben ja auch keine Die, ähm Die Ding, sag ich mal so, ne Kein, ähm Ding halt Ne Turm Von daher So, passt auf Hier weiß ich jetzt nicht, warum es jetzt immer noch so ist Hier, keine Ahnung Ich denke immer wegen den, ähm Energie, aber gut Das ist jetzt nicht so schlimm Aufgaben Wir haben ja hier immer noch Aufgaben zu erfüllen Hier diese, diese Räder, äh Dinger, können wir mal Auslösen, löschen, oder was auch immer Da müssen wir hier lang gehen Aber wir können natürlich auch, ähm Ja erstmal gucken Na oder ne, ich geh erstmal hin Und dann können wir auch gucken Vielleicht, ähm 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 Hier war was Naja, vielleicht, ähm Kommen wir auch noch Roboter erstmal hin Und sonst machen wir halt mit Roboter dann noch, ist ja was So, ich geh mal erstmal hier lang So, ich geh mal erstmal hier lang So, ich geh mal erstmal hier lang Mh, hier war mein Leib schon mal, ne? Dächtig Oh, oder nicht, ne? Guck mal hier, was es hier noch gibt Nucola Habe ich noch vorne alles hier angeguckt, hier, oder was? Das kann ja wohl jetzt sein, oder? Kann ja wohl jetzt nicht sein, ne? Sag ich mal so Unter die Messis gegangen, Sir? Jaaaa Oh, hier, Kleid Ich glaub nicht, dass ich das Schloss knacken kann Ach, verdammt Verdammt Was sind wir denn überhaupt hier? Waren wir mal weit gewesen, oder was? Waren wir doch schon mal gewesen, dächtig, ne? Komisch Versteh ich es jetzt so ganz Naja, nicht so schlimm, ne? Wir haben auf alle Fälle immer auch was gefunden hier Das ist ja der Hauptsache, ne? Und, ähm Jaaaa, was man hat, hat man, ne? Zack Ajo, ich war der Falle schon mal gewesen, ne? Bin da Okay Schwupp Perfekt Können wir ja hingehen schon mal Und dann, ähm Machen wir halt Das nächste Mal dann hier weiter, wenn wir das sagen Aber ein bisschen hingehen dummer noch Okay Ist denn das eigentlich, muss ich aber schlafen, oder was? Ich hab ja noch keinmal gepennt, ne? Oder so Ist das denn schlimm? Löffel ab habe ich jedenfalls Müssen wir irgendwann machen? Nö, alles im Lot hier auch leider Ding ist alles im Lot, okay Zack Zack Ich find's echt genial hier, wie das, äh, die Stadt und so, ne? Ja, Wahnsinn, der Wahnsinn, wie das hier so schön Ähm Das Leuchte, man kann echt nicht denken, dass hier das hier mal, äh Ja, mal Atombombe, äh, in die Luft ging Bei so'n schönen Wetter, ey Echter Hammer, ey Ich bin ja gespannt bloß Ähm Ob denn ich meinen Schorn mal wieder finde Da bin ich echt gespannt, ey, Leute Ach, guck mal, ob wir noch mal Händler Entschuldigung Was willst du hier? Willst du handeln, ausrauben, oder nach dem Weg nach Diamond City fragen? Äh Na, den Weg nach Diamond City kenn ich aber schon, ne? Gut, da können sie trotzdem mal Diamond City? Wo liegt das? Wegbeschreibung Hm, war klar Geh einfach Richtung Osten, bis du die Skyline siehst, über den Fluss Das große grüne Juwel findest du innerhalb der Stadtgrenze Hm, gut Kann man auch mal hingehen, zum Diamond City Ist das so weit? Hm Ist schon noch ein Stück schön, ne? Ist schon noch ein Stück schön, ne? Ach, hier ist doch da, ähm Sind die zwei wieder hier Obwohl, die liebt ja auch schön hier mit ihrem, ähm Sohn oder wie auch immer, ne? Ich sollte ein wenig, ähm Ja, einsam halt hier draußen, ne? Sag ich mal so Aber was bist du machen? Besser als außerhalb Was hat er? Lass er alles? Ich hab's nicht verstanden Wollen wir hier vorne schon mal gewesen? Ist das irgendwie ne Hütte? Oder hier? Oh Gott, hier ist es so viel Oh Mann, oh Mann Was trauen wir nicht? Ne Gucken wir hier mal nicht schnell die Hütte rein Oh! Oh fuck! Scheiße Boah, voll die Falle hier, ey Kann ich mal nicht sein Ach So, geht's, was wird besser, oder was? Mann, 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 Mann Sieben mal die Fallen? Oh, wie ist denn das hier? Mann, 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 Pah Hall, du Schwere, ey Ist hier die Feinde aber auch nicht, oder? Sieht man die Feinde? Ich bin voll im Eimer, Leute. Ich bin voll im Eimer. Hilfe! Warte mal. Der meine Güte, ey. Machen wir jetzt hier. Ich brauche was zum Essen. Wurde. Ich hab keine Mietung. Ja, ich muss das nicht ausgehen. Ja, ich muss das nicht ausgehen. Oh, Leder. Lecker, Leder. Blutpaket. 40% 50% Verstrahlung. Mälelech. Mit Ex. Ne Cola. Wir wollen bisschen Verstrahlung. Okay, jetzt bin ich gleich um 4? Oh, boah. Ich sieh die Bomben nicht, ey. ist er doch haben oder ist er echt der hammer leide wir sind jetzt ich habe doch aber jetzt in sie beginnen nur noch kaputtes bein oder was sehr gefährlich hier her und dann haben sie nicht einmal hier voll viel verlaut ja denkst du hier ist sonst was in der hütte drinnen hier ist gerade mal keine ahnung körperchen und sie sind becken das war's was hier die luft gespringt nur in den vier dinge sind da jetzt oder wieder meine 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 das war jetzt ja ich habe gedacht ein kinder durch kurz wolf jetzt gut oder was jetzt war das ja mensch hat noch mal für die bomben hier eine leide doch haben uns immer speichern sieht man red vorher die bomben oder sieht man die irgendwie muss ich auch noch auf den boden setzen jetzt oder was gut also ich würde sagen hier machen wir das nächste mal weiter bei diesem zügchen hier oder lkw bis zum nächsten mal bei